Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Ferrand und in diesem Video schauen wir uns eine ganz spezielle Aktie an, nämlich die L'Oreal Aktie. Die habe ich auch selber im Portfolio und möchte euch da einfach mal eine detaillierte Aktienanalyse bieten, um euch auch zu zeigen, wo die Chancen, die Risiken, aber eben auch das Potenzial mit einer Investition in die L'Oreal Aktie steckt. Das Ganze ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung. Und ja, schreibt auch ihr gerne mal in die Kommentare, wie ihr die L'Oreal Aktie findet, ob ihr die vielleicht auch selber schon im Depot habt und wenn nicht, schafft es vielleicht dieses Video euch davon zu überzeugen. Und dementsprechend starten wir jetzt einfach mal direkt rein. Ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie ich investiert habe. Ich habe insgesamt 28 L'Oreal Aktien zum Kaufpreis von 356,35 Euro gekauft, also insgesamt knapp 10.000 Euro investiert und bin plus minus null aktuell. Heute ist der 10. August und dementsprechend könnt ihr das gerne auch, wenn ihr das Video später mal seht, ja nachtracken, wie sich so meine Investition entwickelt hat. So, was zeichnet die L'Oreal Aktie aus? Wie gesagt, wir schauen uns das Ganze im Detail an. Jetzt auch mal kurz als Überblick ein starkes Geschäftsmodell. Darauf gehen wir natürlich ein in diesem Video. Starke Geschäftszahlen, auch das schauen wir uns in diesem Video detailliert an. Dann ein großer Zielmarkt mit großer Bedeutung. Also auch das schauen wir uns natürlich an, auch mit der Konkurrenzlage, wie es da so ausschaut. Und auch, weil die Aktie eben nicht nur charttechnisch interessant ist, sondern eben auch fundamental, schauen wir uns auch das natürlich an. Und dementsprechend, wir werden hier jedes einzelne Detail in diesem Video beleuchten. So, jetzt starten wir mal rein, nämlich mit den Grunddaten zu L'Oreal. Also wie gesagt, das ist ein französisches Unternehmen im Bereich von Beauty, Kosmetik, da absoluter Marktführer. Das schauen wir uns natürlich noch an mit den Marktanteilen. Ist gegründet worden 1909, also durchaus auch schon eine längere Historie. Und ist ein französisches Unternehmen mit Hauptsitz in Cliché, also in Frankreich. Für diejenigen, die jetzt ja dann schon wieder bei Frankreich die Alarmglocken sehen mit Quellensteuer. Ja, die müsst ihr zahlen. Aber letztendlich, das Potenzial gibt der L'Oreal-Aktie trotzdem recht, dass es als Investition trotzdem sinnvoll ist, obwohl man eben auch französische Quellensteuer zahlen muss. Ja, die Aktie hat in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark performt. Gerade so seit 2010 wirklich nur am Steigen. Ein schöner 45-Grad-Winkel und rein charttechnisch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr solide. Auch Umsatz, EBIT und Gewinn haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Also eine schöne, stabile, in Anführungszeichen langweilige Aktie, weil sie wirklich stabil weitermarschiert und wirklich auch größere Krisen gut übersteht. Auch die Prognosen für die Zukunft sehen gut aus. Ihr seht es hier, das ist natürlich immer nur eine Schätzung, aber davon kann man durchaus ausgehen, dass sich das Geschäft weiter gut entwickeln wird. An sich, wir haben wirklich sehr, sehr gute Zahlen, wenn man sich das auch mal anschaut von den letzten Jahren. Also Gewinn schön immer gesteigert, auch 2020 nicht so große Probleme gehabt. Und letztendlich auch die Dividende immer wieder gesteigert. Das ist natürlich auch ein schönes Merkmal, gerade für Leute, die auf Dividenden aus sind. Und dementsprechend ein grundsolides Unternehmen, was gut wirtschaftet, was ein gutes Management hat, was natürlich auch mal wichtig ist und von daher fundamental erstmal gut aufgestellt ist. Wir haben von den Margen her auch wirklich sehr, sehr beachtliche Margen. Also ihr seht es hier, die Bruttomarge liegt bei knapp 70 Prozent. Und letztendlich ist das wirklich ganz gut. Und wirklich auch für die Beauty-Branche, wo ihr ja auch wirklich, ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, aus irgendwelchen Pflegeprodukten hier vielleicht mal kauft, die sind relativ teuer, aber in der Herstellung gar nicht mal so teuer für das Unternehmen. Von daher sind hier eben auch gute Margen möglich. Und gerade eben als Luxusmarke, wo ja wirklich L'Oreal viele eben auch besitzt, ist das wirklich sehr, sehr stark und wirklich auch einfach, die Preispolitik gut zu gestalten. Die Dividende hatte ich auch schon angesprochen, in den letzten Jahrzehnten wirklich sehr, sehr gut gesteigert worden. Und das ist natürlich auch mein Qualitätsmerkmal, weil eben die Dividende gesteigert wird, gleichzeitig aber trotzdem noch genügend investiert werden kann in Expansionen und neue Produkte. Das sehen wir nämlich an der Ausschüttungsquote, die liegt so durchschnittlich bei 50 Prozent hier. Also durchaus im Rahmen, das heißt, sie schütten genügend aus für die Aktionäre, haben aber gleichzeitig noch genügend Geld in der Hinterhand, um eben auch das Geschäft voranzutreiben. Also auch hier wirklich eine vernünftige, ja wirtschaftliche Rechnung, die hier L'Oreal macht. Und von daher eigentlich das Beste aus zwei Welten, nämlich eine gute Dividende und gutes Kurswachstum, was immer als Kombination ich immer sehr, sehr gut finde. Ja, ich hatte schon gesagt, es ist weltweit der umsatzstärkste Konzern im Bereich von Beauty. Wir schauen uns natürlich noch an, was die so für Produkte, was für Marken sie alle haben, welche Strategie sie dort auch fahren. Und ja, dementsprechend wirklich sehr, sehr stark aufgestellt, ein großer Burggraben. Von der Aktionärstruktur, ganz, ganz interessant, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, ist Nestle ganz groß dabei, aber eben auch ein großer Hauptaktionär, nämlich François Betoncourt-Meyer. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, also über 50 Prozent quasi in Hand von zwei Aktionären. Übrigens auch diese ganzen Folien, die ich hier zeige, könnt ihr alle bei aller Aktien auch nochmal nachschauen. Ist aus einer Premium-Analyse von aller Aktien, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da sind wirklich sehr, sehr gute Grafiken, wie zum Beispiel auch hier die Marktanteilsübersicht. Da ist L'Oreal, wie gesagt, Marktführer, hat den größten Marktanteil. Danach kommt eben Unilever, P&G und Estee Lauder zum Beispiel. Also auch hier wirklich stark am Markt vertreten und gut positioniert. Der Beauty-Markt an sich ist wirklich ja auch seit Jahren wirklich sehr, sehr stark am Steigen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Gerade die Chinesen sind da auch sehr, sehr gute Abnehmer und dementsprechend sieht auch die Zukunftsprognose mit durchschnittlich 11 Prozent Wachstum pro Jahr vermutlich wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, und an sich L'Oreal, wie gesagt, ja gut aufgestellt, breit aufgestellt. Man denkt natürlich jetzt immer an die Luxusmarken, aber es gibt natürlich auch das normale Segment, also quasi mit Konsumentenprodukten. Also wir kennen es ja alle im Supermarkt, in der Drogerie gibt es wirklich auch günstige Produkte, dann eben aber auch High-Class-Produkte und eben auch für professionelle Geschäftsbereiche gibt es Marken. Also die decken hier im Prinzip die komplette Kundennachfrage ab, vom kleinen Privatkonsumenten bis zum großen Beauty-Salon zum Beispiel. Haben da eben auch verschiedene Marken, ja eben in verschiedenen Kategorien eben auch aufgebaut. Ihr seht es hier. Von daher eben nicht nur von einer Kundengruppe abhängig, sondern eben auch wirklich breit aufgestellt und damit auch gut diversifiziert in der Kundengruppe. Ja, an sich, der Gesamtmarkt, habe ich schon gesagt, wächst und wächst. Und letztendlich aber schafft es L'Oreal sogar stärker zu wachsen als der Gesamtmarkt und das ist, finde ich, auch sehr, sehr stark, weil sie eben Marktführer sind und es eben trotzdem schaffen, obwohl der Markt eventuell nur zum Beispiel 4% wächst, dass eben L'Oreal dann trotzdem mal 5% wächst und das eben in einem Markt, der ja durchschnittlich wächst, aber L'Oreal es eben schafft, hier den Markt out zu performen. Das geht nur durch starke Marken und gutes Marketing und das schaffen sie eben. Und letztendlich, ja, sind sie eben auch gut für die Zukunft aufgestellt, haben eine gute Unternehmensstrategie, sind innovativ, haben starke Marken, sind ausgewogen, wie gesagt, auch in der Kundenstruktur, haben eine gute Geschäftspolitik und, ja, sind eben auch im digitalen Bereich jetzt mittlerweile gut aufgestellt, also machen auch viele Umsätze online. An sich, das Gesamtpaket stimmt. Ihr seht es hier, vom Aller-Aktien-Qualitäts-Score gibt es sogar 9 von 10 Punkten. Es ist wirklich, ja, fast alles dabei. Das Umsatzwachstum ist nicht ganz so gigantisch groß, deswegen gab es hier einen Punkt Abzug. Aber an sich, es ist ein solides Unternehmen, es wirtschaftet gut, es ist breit aufgestellt, zahlt eine schöne Dividende, hat ein gutes Kurswachstum. Im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern sind sie auch wirklich gut aufgestellt. Also ihr seht es hier auch in der Übersicht. Klar, es gibt auch bei den Mitbewerbern einige, ja, Punkte, die eben besser sind. Gerade zum Beispiel die Bewertung, da gehen wir natürlich auch nochmal gleich drauf ein, wie es bei der Bewertung an sich ausschaut. Natürlich ein Qualitätsunternehmen, was so stark aufgestellt ist, wird auch gerne gekauft und weniger verkauft. Deswegen eben auch eine relativ hohe Bewertung. An sich, wenn wir die Bewertung nach Lynch nehmen, nach Peter Lynch, dann sehen wir eben, dass es ein Average Grower ist. Also er wächst jetzt nicht gigantisch hoch, also 20, 30 Prozent pro Jahr oder sowas, sondern hat halt wirklich eine gute, ausgewogene Mischung aus gutem, soliden Wachstum und eben einer schönen Dividende, die gesteigert wird. Und letztendlich hier auch, das finde ich mal sehr, sehr spannend, ist natürlich auch noch eine Prognose, eine Schätzung. Aber wenn ihr quasi den Einstiegskurs hier rechts wählt, also je nachdem, welchen Einstiegskurs ihr hier erwischt, habt ihr eben eine gewisse Renditeerwartung pro Jahr. Und das ist eben hier bei aller Aktien so eine kleine Übersicht, wo eben geschätzt wird, was für eine Rendite du quasi erwarten kannst, wenn du einen gewissen Einstiegskurs hast. Ja, Chancen und Risiken. Es gibt zwei Chancen, nämlich, dass eben L'Oreal zum Pure Play auf Luxusprodukte eben wird und dort eben wirklich immer noch weiter wachsen wird. Und ansonsten die weitere Expansion im asiatischen Markt. Also der asiatische Markt ist bei weitem noch nicht erschlossen. Natürlich, es gibt China und so weiter, aber eben noch viele andere asiatische Länder, die jetzt nach und nach noch wachsen und eben auch wichtig werden für die Beautybranche. An sich aber, wie gesagt, es gibt auch Risiken, nämlich ein Stuck in den Mitteln zwischen Premium- und Billigprodukten, weil eben nicht ganz klar der Fokus nur auf Premium oder nur auf Billig ist. Und natürlich auch Lieferkettenprobleme und Inflation sind ein großes Problem, was aktuell natürlich auch die Luxusmarken betrifft. Ja, das Kursgewinnverhältnis, also die Bewertung, hatte ich auch noch gesagt, schauen wir uns an, KGV von 35 ist nicht ganz so günstig, ist eher teuer. Aber wie gesagt, es ist ein Qualitätsunternehmen, deswegen ist es ja auch relativ teuer, weil eben wenig Leute das Unternehmen verkaufen und viele Leute das Unternehmen im Portfolio haben wollen. Langfristig gesehen finde ich den Einstieg trotzdem gut. Deswegen meine Einschätzung, ich persönlich würde bis 370 Euro einsteigen, das wäre für mich noch vertretbar, aber wie gesagt nur langfristig, weil eben ein langfristiges Wachstum durchaus machbar ist und eben die Positionierung sehr, sehr stark ist. Von daher 370 Euro wäre für mich aktuell wirklich eine gute Positionierung, weil eben das Unternehmen eine starke Marktposition hat, aber die eben noch weiter ausbaut, genügend Geld hat für Investitionen, aber eben trotzdem die Aktionäre belohnt mit einer schönen Dividende. Und ja, von daher eben an sich eben die Geschäftszahlen sehr, sehr stark sind und das eben auch zulassen und die Expansion trotzdem noch weitergeführt wird, trotz eben einer guten Dividende, die gezahlt wird und eben auch guten Geschäftswachstum, hat man hier wirklich ein Unternehmen, was auch noch in die Zukunft blickt und eben auch versucht, Zukunftsmärkte zu erschließen. Und dementsprechend, die Dividende macht Spaß, ist natürlich nicht ganz so riesig, aber wird vernünftig ja ausgezahlt in einer vernünftigen Ausschüttungsquote, wird gesteigert und von daher die Kombination einfach aus Dividende plus eben einem konstanten Kurswachstum finde ich eben sehr, sehr stark und deswegen habe ich auch L'Oreal in meinem Portfolio. Schreib du jetzt wie gesagt auch gerne in die Kommentare, ob du das Unternehmen auch in deinem Portfolio drin hast oder dir vielleicht sogar in dein Portfolio reinholst. Ansonsten ein großes Dankeschön für das tolle Kanalwachstum auch auf unserem Kanal, über 87.000 Abonnenten mittlerweile, großes Dankeschön. und ansonsten freue ich mich auch über dein Feedback und auch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video, wenn es dir weitergeholfen hat. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute, vielleicht auch mit der L'Oreal-Aktie in Zukunft und ja, wir sehen uns im nächsten Video, mach's gut, dein Flo Pharrell.